Bei Temptation Island stehen am Sonntag wieder Dates an, und machen vor allem Christina Dimitrio riesige Angst. Sie fürchtet sich aber nicht vor ihrem Rendezvous mit einem der Single-Männer. Stattdessen macht sie sich Sorgen um ihren Freund Salvatore Vassalau, dessen Objekt der Begierde, Solo-Lady Anastasia Avilova, 30, ist in der Zwischenzeit nämlich in die Fremd-G-Show zurückgekehrt. Und genau deswegen liegen bei Christina die Nerven blank. Eine RTL-Vorschau auf die kommende Episode zeigt, Christina hat ganz schön daran zu knabbern, dass es zu einem Ted-A-Ted zwischen ihrem Partner und Anastasia kommen könnte. Sie ist ja auch nicht ohne und wird sich bestimmt an ihn ranschmeißen. Da möchte ich dann auch gerne seine Reaktion sehen, ist sich die Dortmunderin sicher? Sogar im Bett kommt sie kaum zur Ruhe, ihre Gedanken kreisen die ganze Zeit um das Thema. Sollte Salvatore tatsächlich mit der attraktiven Anastasia fremd gehen, kennt seine bessere Hälfte kein Erbarmen, wenn er sie anfasst, bin ich weg, stellte sie im Gespräch mit ihren MitstreiterInnen Lena Chiviora, Lisa-Marie Sauer und Zianja Rubi klar. Was glaubt ihr, wird zwischen Salva und Anastasia etwas laufen? Alle Folgen von Temptation Island. Versuchung im Paradies ab dem 6 März 2019 exklusiv bei Tfno Des A meistens Aus Jim Oranden Aus Jim Oranden Aus Jr teve cephen Aus Jim Oranden Aus 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 Bis zum nächsten Mal.